Moin, hallo und herzlich willkommen, Matze am Start und wir müssen heute auf Showline Wetshop Part 1 machen. Dafür habe ich meine schallgedämpfte M4 genommen und ja, dann geht's los und dann hier Carco X Part 1. Ja, das sind so die Ziele für jetzt. Äh, dann können wir hier erstmal gucken, ob wir ein paar Skeps hier anwischen. Wollen wir noch ein bisschen lügen. Und ich habe nachgesehen, ich kann Zündferzen im Hideout bauen, aber jetzt habe ich nochmal eine, die letzte, suche ich jetzt nicht mehr, die, da habe ich den Bau angestoßen. Ich suche die Blöde, Alter, und kann sie eigentlich schon selber bauen. Das ist wieder typisch Matze. So, warte mal, mein Stuhl senkt sich wieder ab. So. Ich glaube, hier gab es nicht viel. Gab es gar nichts, vielleicht oben. Oh, okay. Oh, ne Batterie. Direkt überladen. Naja, nicht überladen. Überladen schon, aber jetzt. Ich krieg keine Röhre trotzdem raus. Beim Gehen. Wasserfilter brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich überhaupt nichts. Ja doch, ich brauche noch was. Ich habe auch schon wieder vergessen, was es war. Das Hydraut irgendwas. Kliker. Metal Parts werden immer gerne genommen. Kliker. 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 Kliker nächster. Was schimpft er? Der hat Stress da, Mann. Das brauche ich alles nicht. Der hat Stress da, Mann. Brauche ich alles nicht. Das war's für heute. mann der felsen elegant felsen Noch sieben Scabs. Wo ich gerade so die M4 sehe, fällt mir ein, ich hat eigentlich mehr als bloß die eine jetzt. Aber bravo, hatten wir nur die eine zurückgebracht. Wahrscheinlich doch so, dass die Scabs dir auch die M4 auch mitklauen. Kommt also gar nicht alles zurück. Ist aber auch okay, der größte Teil, der größte Teil von dem Zeug kommt schon zurück. Auf alle Fälle wirst du nicht am hohen Tuch nagen müssen. Das ist so. Das ist so cool. Das ist so. 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 Das war's für heute. Also, schon 60 Schuss rausgerotzt. Oh, siehst du, ich muss mal gucken, ob ich jetzt schon bessere Munitionenpreis hier kaufen kann. Den Schelm habe ich ja immerhin schon auf 4. Oder muss man dafür eine Quest machen? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, da muss ich eine Quest dafür. Okay. 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 Zwei brauche ich noch. Wie er sich noch seinen Kaar um den Wanst gehängt hat. Okay. 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 Das blöde Schwein war doch noch da. Oh. Oh. Okay. 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 Okay, Alter, die blöden Hunde. So, dann kann ich mich jetzt natürlich schön hier reinstupsen. Oh, wow, 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 mein Heiligitzerneiger. Hey, служivый! Hey! 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 Hey. Hey! 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 Hey. Jeopardy. Das kommt ja wie gerufen. Das kommt ja gut. Das war's für heute. Schau, schau, schau! Die habe ich abserviert, die Brüder. Das ist ein Sonny, Pau. Ich bin nicht mal tot, aber... Das war ein Sonny, Alter. Junge, ich dachte, das waren hier bloß billige PMCs. Na wunderbar, da habe ich doch die Quest direkt gemacht. An den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, Alter. An diesen Sack. Gut, dann müssen wir schnell hoch. Das aufschließen. Ah, ich musste ja noch loaden. Das lohnt sich ja auch noch. Sonny da auf jeden Fall. Hoffentlich hat der Nettix dabei, der Sack. Zur Not schmeiße ich die Dings weg, die Batterie. Ja, ich schmeiß die schon mal weg. Ich werde wahrscheinlich auch aus dem nächsten Rand den Raum besuchen. Was ist das? Kann ich nicht mitnehmen, soll ich was, Tasche? Ach, hat keinen Platz. Ah, warte. Waschen und zu machen. Schöne Granate wird immer gern genommen. Schöne Granate wird immer noch. Schöne Granate wird immer noch. Ich habe das nicht mehr gemacht. 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 die sind gut versorgte Kanate. das ist sein es ist nicht gut. So, wir machen uns das aus dem Staub. Oh, du Customs. Oh, jetzt habe ich aber schon den Schreck gekriegt, du. Ich habe das nicht gleich gesehen. Junge, der hat aber die Jacke voll gekriegt. Junge, Junge, Junge. Wenn ich es gewusst hätte, dass es sanitarisch ist, hätte ich mir bestimmt die Hosen voll geschissen. Na ja, wunderbar. Zwei Quests abgeben. Wollt denn nicht irgendeiner noch die Tasche vom Sanitar oder war das bloß irgendwie so eine Daily? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ja, geliebte Mauer. Was waren das für schöne Zeiten? Oh, ja, geliebte Mauer. Da liegt mich im Rung oder was? Ich glaube es ja nicht. Schlimmer als Sanitar und seine Meute. Oh, geil. Mann, richtig geil. Das ist geil. Da habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet. 16.000 XP ist doch schön. Guard, 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 Boss. Pharmazeut, Dermatolog, Sanitar, Stomatolog. Alter, geil. Ich gehe ein. Das ist geil. 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 Das ist geil.